Servus Leute und willkommen zurück bei Tag Crew! Anmoderiert, sollte schon kurz, weiß nicht, der andere sollte drinnen und draußen sein oder so irgendwas. Naja, aber du musst ja auch auf Dame starten und das geht ja nicht, wenn du nicht im Spiel bist. Klingt ja. Hast du schon, warte mal, ich seh dich grad auf der Karte, du bist 1,3 Kilometer entfernt. Jo. Äh, hast du jetzt schon deinen Five, den Dingsbums? Das Tattoo hab ich nicht. Ich glaub, das sind mehrere, die du da verfahren musst. Dann hol das mal. Dann komm mal zu mir her. Okay. Weil du bist, äh, ich fahr jetzt grad dorthin, wo ich hin muss. Halt der, der zu dem Typen. Ich weiß jetzt mal, dass das das Richtige ist. Hoffe ich halt, keine Ahnung. Ich hab grad Reifen gewonnen, Stufe 2. Warte mal, jetzt seh ich dich gegenüber. Siehst du mich noch? Ich seh dich. Du bist gleich hinter mir. Oder gleich neben mir. Halt meinen Navitz. Der Troy sagt nur jetzt, ich soll dort, ich soll jetzt zu ihm hinkommen, der macht keinen Spaß. Und das Rennen, was jetzt hier ist, das, äh, nicht zu weit. Hast du da kein Rennen? Äh, doch hab ich. Ja, dann mach mal Crew Coop, oder? Doch, können wir machen. Du, das müsste zur Einladung bekommen haben. Yay. Hast du jetzt was? Ja. Okay, passt. Schau mal. Keine Ahnung, wie das ist. Wenn's da nervt etwas, aber das kann man nicht machen. Das hab ich mal links nach, äh, das hab ich mal hingeschoben, äh, nach oben geschoben. Links oben. Ich hab's ausgeblendet. Wie kann man's ausblenden? Äh, F3. Nur F3? Jo. Ah, cool. Was siehst du jetzt für ein Video? Äh, S10. Mit deinem Auto oder mit meinem Auto? Mit meinem Auto. Okay, dann ist das eh so. Also, wir müssen beide mit den S fahren, so wie's ausschaut. Okay. Beide gleichzeitig? Sieht man sich dann gegenseitig? Oder einfach nur mit meinem Auto? Ich hab keine Ahnung, was wir genau machen müssen. Wir werden's gleich sehen. Boah, Engländer fahren. Die tun immer das Lenkrad auf die Beifahrerseite. Boah, das nervt so, dass das so ruckelt. Das geht doch eigentlich. Ich sag dir nur einmal. Liefer den Schlitten ohne Schramme ab. Ohne Schramme. Ein bisschen schneller als deine übrlichen Kessel. Der ist verasphalt. Hey, ohne Schramme. Die hau es gleich einmal komplett im Kreis. Ach, ohne Schramme ist immer... Was ist eigentlich eine Schramme? Das müsste man dafür erstmal definieren. Ja, aber bei dir war's jetzt... Das ist total schade. Ja. Also in echt... Bei mir war's jetzt eine kurze Schramme. Weil da hab ich einen gestriefen. Pass auf, wo du hinfährst, verdammt! Hey, bist du schon unterwegs? Na, ich hab jetzt deutlich Zeit verloren. Besse! Das war also auch... Boah, meine ist auch schon total schade. Hey, du hast mich überholt! Hey, du bist zweitgeworden! Ja, scheiße! Ich sag dir, von ihr ist glücklich. Ach, die ist eh durch. Von dir ist das. Aber das Level bin ich vorhin schon gefahren, von daher. Was? Das war dieses mit den Ästen von vorhin. Achso, dann ist für dich eigentlich eh hinfällig, oder wie? Schmiert das Getriebe. Ja, das hab ich ja vorhin in der letzten oder vorletzten Folge gemacht. Okay. Aber das Ding hier ist eh so kaputt. Na bitte! So, ich bin durch. Ey, worauf wartest du? Scheiß Stau. Bin gleich da. Ich bin gespannt, was wie lange du noch fragst. Drei Jahre? Ja, ganz lange nicht. Boah, bist du Depper, der ist hin, der ist wirklich falsch. Ja, meiner müsste eigentlich viel anders aussehen. Mission erfüllt. Erfolge durch die Crew. Bin ich Stufe 3, ein Modpunkt, ja, fortfahren. Und ich schätze es mal jetzt gleich den nächsten Auftrag und der müsste dann dasselbe sein, oder? Nee, ich weiß es nicht. Oder hast du danach noch einmal einen gemacht? Ich bin, ich bin halt immer gefahren, was das Navi gesagt hat. Achso, ja, dann hast du schon weitergemacht mit, äh, Missionen. Das Navi sagt nur Missionen an, glaub ich. Okay, ich dachte, es wären so random Dinger. Na, random Dinger, die musst du selber markieren auf der Straße. Nö, da tut dann nö. Dass der V6 ihn auch gut sehen kann. Jetzt ist er wieder ganz schön heil, oder, das Auto? Ja, ja. Haben sie mal eben gepflegt. Da. Bist du jetzt hinter mir noch, oder? Ja, du bist neben mir. Das heißt, ich sollte jetzt, warte mal, erfülle Missionen in der Crew, äh, ich hab in die andere Richtung was, oder? Ich, oder? Wo fährst du hin jetzt grad? Oder fährst du einfach nur so? Zumindest ist es bei mir gelb, wie irgendwas anzeichnet, keine Ahnung was das ist. Bei mir ist auch was gelbes. Ja, okay, fahren wir mal da. Ich glaub, das gehört uns beide. Oder es gehört dir, zumindest. Das war jetzt irgendwas. Ah, da holst du mich jetzt auf. Da hab ich keine Chance gegen deinen. Wie bist du jetzt schon? Äh, 230, 240 irgendwo. Bin mir nicht sicher, wer hat das Top-Tempo hart von uns. Ach. Meiner hat auf jeden Fall mehr Drehmoment. Mhm. Auch beim Wegfahren mehr Krus. Machst du hier diese Mission mit den Toren? Mit was? Ich hab nicht so drauf geachtet hier. Nein, ich hab, ich hab da jetzt eine andere Mission, was, ich hab keine Mission gemacht. Angenommen. Bin da irgendwie durchgefahren und auf... Ach so, ja, okay, das hab ich nicht gemacht. Da bin ich auch so vorbeigefahren. Man dachte, wir fahren jetzt gleich zu Maritzings und... Roger. Entkommen den Cops. Verfolge ihn in Richtung Westen. Verstetigt. Weiße Polizei. Bei dir auch? Aber wir können nicht die Mission annehmen. Das geht auf jeden Fall. Der Dächtiger hat sich der Verhaftung entzogen. Alle Verfolger abrücken. So, scheiße, das ist ein Tempotest. Blödsinn. Das ist ein Brems beim Tempotest. Ach, musst du da mit Schwung ankommen, oder was? Ja, eigentlich sollte... Nein, da musst du einfach mit Tempo fahren. Höchstgeschwindigkeit halt erreichen. Ergebnis 140. Aber ich weiß jetzt nicht, wo wir hin müssen, ganz genau. Irgendwie ist das noch ein bisschen verwirrend. Du bist da vorne eine Mission, oder? Nein, warte mal. Was hast du jetzt, äh... Also ich hab jetzt auch hier in die Tempomission und bleib so lange wie möglich auf der Straße. Ja, das sieht gleich aus. Hier ist übrigens Top Speed, ne? Also du kannst schon draufdrücken. Oh... Ja, ja. Aber meine nächste Mission ist da. Sieht gerade so entspannt aus bei dir. Ja, ich war ab Brems davor. Ich bin in die Tempomission mit Null-Kamala gestartet. Oh, jetzt habe ich persönlich gebremst. Jetzt ist ein ganzes Stück weg. Äh, jetzt hast du auch eine neue Mission bekommen? Von Troy? Äh... Keine Ahnung, ich hab ein Navi-Ziel. Wir haben jetzt die... Nein, okay, wir haben zwei unterschiedliche Navi-Ziele, sehe ich gerade. Irgendwie. Fahr mal halt meinem Navi-Ziel nach. Das gelbe oder das... Ich weiß nicht, welche Farbe ich habe und welche Farbe du hast. Also ich hab ein Navi-Ziel, oder? Total Schaden. Boah. Dann komm den Kopf, na super. Bist du hinter mir, oder? Ja, ich bin immer noch bei dem Tempo-Ding. Nein. Ich sehe jetzt nicht, wo man jetzt... Wie man das nachher gemeinsam spielen kann so richtig. Einfach Rennen nachher Rennen fahren. Halt Missionen kannst du sowieso vergessen, glaube ich. Irgendwie. Weil ich komm da jetzt gleich zu einer Mission hin, die ich nahe machen müsste. Aber ich muss jetzt zuerst der Polizei ein kommen. Ja, schon mal schön. So, ich lade dich nachher gleich ein. Aber scheiße, ich muss grad der Polizei hin... nicht in die andere reinfahren. Meinst du brauchst Unterstützung? Ja. Ich fahr da jetzt übers Grüne mal. Schau mal, wie weit wir kommen. Ich weiß, ich seh dich auch nicht auf der Karte. Siehst du mich noch auf der Karte? Ja, ja. Du bist aber zwei Kilometer weg, oder? Ne, vierhundert Meter, oder? Ah, oh ja, dreihundert... vierhundert Meter. Seh ich dich jetzt mal. Ja, ich komm da nicht mehr weg, die rauben mich irgendwo in die Prairie reingefahren. Ich hab grad diese unter mir und hab ich überhaupt keine Chance mit meinem Auto. Ich hab nur durchdrehende Reifen. Er schaltet einfach nicht. Ja, Festnahme. Scheiße. 249 muss ich zahlen. 1.000, oder? 249. Ach, das ist ja... Keine Ahnung, was das sind. Im Endeffekt gar nichts, ja. Hätte ich auch gesagt. Ja. Du, ich hab jetzt nur mehr ein gelbes Ziel, wo ich hin muss. Und ich glaub, das sind immer deine. Und die blauen Ziele sind meine. Weil ich hab jetzt ein Navi-Ziel zur Seite. Ja, ich hab auch nur eins, aber das ist irgendwie komisch. Weil das ist dieses Tempo-Event. Beziehungsweise ist das Navi-Ziel 50 Meter dahinter. Das ralle ich nicht so ganz. Boah, ich bin Stepper zum Fahren. Dafür hab ich geile Stunts immer. So, jetzt bin ich gespannt, wo ich da hinkomm. Aber du bist komplett woanders, als wo ich bin. Oder? Ah, nein, jetzt muss ich nach rechts fahren. Ich check das gerade nicht. Vielleicht muss man das Tempo-Ziel auf Gold schaffen. Glaube ich nicht. Aber ich glaub, das schaffen wir noch gar nicht. Oder hast du's gehabt auf Gold? Äh, nee, aber ich war nicht langsam. So, ich bin jetzt da mal auf der einen Straße. Ich glaub, da war man vorher schon. Ich bin jetzt knapp hinter dir. Ach so. Der Fahrt auf einmal über dem Doppelstreifen, die Feuerwehr. Ja, ist natürlich. Über die doppelte Sperrlinie. So, jetzt müsste da irgendwo, sehe ich jetzt nachher ein Missions-Dings. Ah doch, ich glaub, ich hatte hier sogar Goldmedaille. Du kamst übrigens gerade entgegen. Ja, ja, ich hab davor eine Mission. Angegeben. Da muss ich durchfahren. Fahre schnell und bleib auf der Straße. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was? Du bist meist gesucht. Ich? So, ich bin Bronze. Silber. Ja, Silber hab ich geschafft. Schreifen auf Stufe 2 für... Tempo bekommen. Effekt minus 1, dann soll ich's nicht aussteilen. Hast du mich jetzt grad gerannt? Ja. Ich bin 50 Meter in die Höhe geflogen. Aus meiner Perspektive war das mindestens 100. Oder so, irgendwas. Ich hab nämlich nur jetzt gerade meine Mission abgeschlossen. So, Beute-Rennen hab ich jetzt. Ich fahr dir hinterher. Ja, fahren wir mal. Schauen wir mal. Und trage mich nicht, dass ich wieder 200 Meter in die Luft fliege. Ich mein, ich hab halt einfach Masse, ne? Mhm, genau. Aber du kommst mir grad nicht hinterher. Ja, ich hatte auch ganz schön Rückstand beim Losfahren. Ja, aber ich hole auf, ja. Halt, ich krieg ja mehr... Ich hole raus. Okay, jetzt nehmen wir. Das Tempo-Rennen hier schon, oder was ist das? Ich weiß nicht, das da vorne muss ich... Hier? Ich glaub, das müssen wir das bitte... Halt, wir müssen denn kommen. Da müssen wir irgendwas machen, ja? Das da. So. Du, Koop. Niemann. Machen wir das Rennen. Okay. Perfekt. Schauen wir mal. Kann man das Rennen jetzt noch? Ich hab keine Ahnung, ob das jetzt das Richtige ist. Das war bei mir angezeigt für Troll. Okay. Okay. Hat der Troll geschickt. 16.000 Punkte brauchen wir, Gold müssen wir werden. Gut. In das Pistenrennen. Das ist nicht das, was du vorher gemacht hast schon? Ja, das habe ich schon gemacht. Mit dem Nissan Skyline. So, dann bist du schon... Ja, dann bist du schon weiter. Das ist kein Skyline, das ist ein GTA. Das ist doch ein alter Skyline. Ja. Es ist aber der erste GTA, den es gegeben hat, so ungefähr. Ja. Skyline-GTA ist das. Skyline halt. Ja, naja. Das ist ein R32 oder sowas, ne? Ja, so irgendwie haben die geheißen. Okay, komm einfach weiter. Können wir sie überspringen auch, aber... Ja, genau. Was? Wie bist du da reingeschossen? Du kurz einmal A gedrückt. Ach so. Aber irgendwie... Boah, die... Die sind jetzt viel aggressiver als vorhin. Mhm. Vorhin konnte ich hier so entspannt durch. Wir sollten zu zweit spielen. So, da gibt es eine Abkürzung. Jetzt gehe ich nachher da vorne irgendwo. Ah, scheiße, ich habe sie vorher übergeigt. Du bist sie gefahren, oder? Hier ist doch keine Abkürzung. Nein? Ich würde dann nicht irgendwo anders. Okay, jetzt bin ich natürlich übelst weit hinten, weil ich einfach gegen die Wand gefahren bin. Ich bin aber auch nur drin. Nein, das hier habe ich gerade so vorhin locker gewonnen. Da gibt es eine Abkürzung, die kenne ich. Nur musst du da gleich quer stellen nachher. Weil da geht es gleich nachher um die Ecke. Ich bin Erster. Hast du den Sprung gemacht? Jo. Okay, bei mir ist jetzt noch einer vorne. Ja, ich weiß, dass ich zurück an die Spitze soll. Ah, fliegen ist nicht so gut. Da hat man zu wenig... ...Bodentraktionskontrolle. Ja, das ist logisch. Ich bin Erster. Ja, der dreht mich, der dreht mich komplett. Nein, da hätte es eine Abkürzung gegeben. Glaube ich. Da hätte es da eine Abkürzung gegeben. Ich glaube schon. Weiß ich jetzt nicht. Auf der Karte sieht so aus. Boah, krammst du mich da oder nein? Ne, ne, ich bin ein ganzes Stück weg. So, ich bin im Ziel. Als Erster. Ich bin auch sofort da. Zweiter oder Dritter? Dritter gleich, oder? Dafür, dass ich fünf Sekunden hinterm letzten war. Nach meinem einfach mal geradeaus fahren. So, jetzt schauen wir mal. Was jetzt noch ist. Die Crew-Dienste sind nicht erreichbar. Oder Verbindungsrunde unterbrochen. Geil. Bei dir auch? Ne, da steht nur, Senus ist jetzt offline. Ja, wie genial. Ich würde sagen, aber wir beenden den Party, weil wir sind schon wieder drüber mit der Zeit. Und ja, es macht eigentlich ziemlich Spaß zu zweit oder zu dritt. Wahrscheinlich müssen wir schauen, dass wir vielleicht noch ein paar mehr bekommen. Ja, bin schon gespannt, wie es weitergeht bei Tech Crew. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.